Was geht YouTube und herzlich willkommen zu einer epischen Runde Apex Legends hier auf Scorpion Plays. Abonniert den Kanal für kostenlose Videos. Jetzt kommt erstmal ein richtig krasser Lachflash, eine richtig krasse Runde. Viel Spaß dabei, let's go! Dann lass dich hier oben latten. Tücher! Nichts, Jens! Ich will mich nicht. Ich will mich nicht. Ist gut, Jens. Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Digga, wie viel hoch war das? Digga, ich war 500 Meter hoch! Digga, ich hab noch nie so was gesehen. Das war schon Busch und Rad, Digga! Digga, ich hab da... Ich hab darauf gar nicht geachtet, Digga, f***. Digga, ich... Musst du nicht zu lachen, weil es so extrem hoch war? Nein, Digga, ich muss lachen! Warte! Ich muss lachen, weil es so extrem hoch war, Digga! Das ist, glaube ich, locker der höchste Spot im ganzen Spiel, Digga! Alter! Scheiße, Digga! Ich... Was... Wie sieht's bei euch aus, zu pushen? Ich hab noch nicht vor einer Schafen aufgehoben, warte! Ich hab den geworfen... Warum musstest du lachen? Ich dachte, deswegen reichen wie ich! Ich fand es so lustig, weil es so hoch war! Nee, Digga, ich fand's... Digga, warte! Ich fand's lustig, weil... Ich dir so vertraut hab, Digga! Und du... Und du bringst mich zum schlechtesten Loot, Digga! Und sagst... Ich hab ihn mit der Nate geholt! Die einen Runde war echt geil, aber schade, was halt, dass der Endfall so low war, so... Okay, aus Felix Sicht, das ist wahrscheinlich nice, mit dem Freepiece. Aber... Am Ende... Lässt's... Ja... Lässt man sich schmecken. Oh, ich liebe es, so hier gleich runter zu rutschen. Alles aufheben, alles meins. Alles meins. Alles meins. Alles meins. Jaaa! Wieso rutscht mein er nicht? Ja, gierigen Schweine. Ich hab schon lila Rucksack gefunden, direkt. Digga, wer hat das Tor wieder zugemacht? Das war's. Das war's. Das war aber nicht extra. Digga, ich geier hier auf alles, Digga, das ist so schlimm. Lauf da beide raus, ich will auch so rauslaufen, mach das Tor einfach wieder zu. Also wollen wir wieder zurück durch den Bunker laufen, da waren ja Schüsse. Ich brauch erstmal ne Waffe. So an sich bin ich down, ja, aber... Ich hab ne... P90. Oh, lass zurücklaufen. Ruhig. Nein, hier sind Schüsse bei mir. Ja. Direkt über mir, bei mir im Haus. I'm coming. Wo ist der Dude? Hier. Hab ihn. Nice. Wie er runtergefallen ist. Wie er runtergefallen ist. Ja, ja, ja. Ja. Warte, warte, warte. Gib dir den Move. Haha. Ich hab's gesehen, du hast ne komplett den gerichtet. Geil. Oh, ne Friedenstifter. Ah, ich seh dich hier auf dem Weg. Wow. Wohle, wohle. Ähm, ich parkier's. Was? Oh mein Gott, ich hab den Kill so geklaut, Marcel. Digga, es ist so lächerlich. Ja, es ist komplett krass. Aber wir haben uns gegenseitig getötet. Das war's jetzt hier echt wieder komplett. Ist der komplett tot? Ja, ne? Es ist halt so lächerlich, Digga, das Anton diesen Kill getriegt hat. Marcel, Marcel. Ich schwör, ich muss den Kill ausschneiden und auf Twitter hochladen, Digga. Das war legendär grad eben. Ja, super. Junge, du glaubst es nicht, Marcel. Wie, wie vor allem ich ihn geklaut hab, ne? Bruder, ich schieß aus der Hüfte, Digga. Aus der Hüfte, aus ungefähr 30 Metern. Gib ihm, ich glaub, ich weiß nicht, ob es 10 Schaden war oder 20. Ich glaub, 10 Schaden. Trink halt den Kill. Ich treff so alle Börse davor, so bin ich richtig glücklich. Wollen wir jetzt zurück durch den Bunkern? Oder? Warum brauchen wir doch gar nicht? Klappatmung. Ja, komm. So wie die, aber so wie die Zone ist, brauchen wir da nicht lang. Ja, wir wollen ja die Kills. Das ist scheiß auf die Zone. Okay, sorry, stimmt, 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 stimmt. Sorry, hab ich vergessen. Tut mir leid. Das ist wohl ein Gedanke entgleist. Ah, einer ist vor mir. Oh fuck. Felix, nein. Jetzt hab ich einen, jetzt hab ich einen mit 7 Schaden. Ja, ja, ja. Oh, Digga, und ich sterbe, alter. Ich hol Anton, erst mal. Ich gucke das hier. Hier kommt einer. Ich bin unsicher mit Shotgun, mit der Waffe. Ja, one shot, erst one shot, erst one shot, erst one shot. Komm, Felix. Guck, siehst du wie one shots? Meine Calls sind real. Aber die sind nur Knocked-Beile. Anton, hitt mich doch auf, Schattengranate zu werfen. Ja, ja. Die sind nur Knocked-Beile. Anton, guck mal, guck mal. Nein, der hat mich auch. Komm, Felix. Ja. Junge Mann. Ehrenmann. Er ist durch meine Termitkanaten durch alles durchgelaufen. Ja, komisch, Digga, obwohl die ja so effektiv sind. Lull. Du holst jetzt erstmal Anton, ich darf lügen. Das ist eh nur so ein Feuerwerk, Digga. Das sind diese Dinger, die man auf dem Boden steht bei Silvester, Alter. Wo, wuuuuh, macht. Hat jemand ein Medikator? Mach mal, mach mal Heildrohne, Anton. Ich hab Heildrohne. Ja, berückt euch. Kann man eigentlich irgendwie tanzen? Ne, ne? Tanzen ist ja geil in Fortnite. Hier gibt's Tanzverbot, Digga. Da schießen welche, andere Seite von Dings. Hier kommen welche, kommen welche durch den Bunker, durch den Bunker. Ich helfe dir. Ich drehe komplett durch, Digga. Ach Digga, Granate. Zwei sind schon bei uns. Ich hab einen angeschossen mit... Digga, das gibt's nicht. Oh mein Gott, Digga, ich bin so One-Shot. Nehmt ihr im Raum ist auch noch eine Anteil. Oh mein Gott, hab ich ihn geholt. Was für'n Sprung. Vor mir noch einer, vor mir noch einer. Wik, 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 wik. Yes. Ich kann nichts sehen. Er challenged, er challenged. Ich geh hier rein, Wasser, du kannst mich easy bereiten. Hab ihn, hab ihn, hab ihn. Ach Digga. Sehr schön. Tja, jetzt hab ich auch mal einen Kill gesteilt. Ich liebe dieses Acht, Digga, wo man so den Kill holt, Digga, ist so gut. Mach mal Heildrohne. Der Heildrohne loutet erstmal, also, ey Schweine. Tja, tja, tja doch. Ja, ich hab das Heildrohne gemacht. Ja, sehr schön. Ja, dann musst du mal Platz machen, Anton. Du blockierst die Tür, ich komm nicht raus. Ja, Pech für dich. Muss die Heildrohne. Digga, hallo, Anton. Hahahaha. Hör mal auf, Digga. Ich muss die Heildrohne aus, das ist jetzt hier weg. Tja, tja, Digga. Bruder, diese Burstwaffe ist so schlecht, gell. Der Typ ist so die Treppe runtergefallen neben, das war so lustig. Scheiße. So hart schlecht, diese Burstwaffe, ich nehm auch lieber die Friedenstifter. Vielleicht kommt noch ein Team durch den Bunker hier, warte ich guck jetzt mal. Ich wär so tot, wenn jetzt einer kommt. Da kommen aber, da kommen aber noch welche, glaub ich. Ich mach auch die Tür hier zu. Lass einfach, lass, wir müssen weiter, wir müssen eh weiter. Ja, okay, komm mal. Ich warte hier bis... Uuuuuiiii. Ich hab grad so lustige Sachen überlebt, so richtig Anton-mäßig. Und dann hab ich einem so'n heftigen Flickshot mit der Shotgun gegeben. Ich scuff gar nicht in dem Game, gell? Ich auch nicht. Ich glaub, man sollte scuffen. Da vorne sind Schüsse. Ja. Richtung N. Die haben wir safe. Die sind locker weak. Re Maximus, alter. Nee, Luke Visser ist da vorne. Luke Visser? Oh oh. Achtung, Jungs. Hab einen nackt. Weißt du, wo er ist? Junge. Hat sich gelohnt, hat sich gelohnt, hat sich gelohnt. Da müsste eigentlich noch einer sein, gell? Ich dachte, ich hätte jetzt auch mit mehr gerecht, ne? Das ist nicht bestimmt, da versteckt sich safe. Ja, das ist so. Er bewegt sich wahrscheinlich einfach nicht. Ich such ihn. Der gegen den Duo kämpft, Anton, der muss doch hier noch sein. Oder hast du den geholt? Nee, den hat Felix abgestoppt. Nee, Felix hat auch den anderen geholt. Nee, Felix hat einen anderen geholt. Safe, oder nicht? Hä? Nee, ich meine... Ja, dann ist er gedocht, dann ist er gedocht. Irgendjemand hat gerade Granate geworfen. Nee, das ist, glaube ich, das Ding jetzt hier gewesen. Bro, ich dachte, ich habe den Typen angeschossen, den Felix dann gefinisht hat. Ja. Hab ich auch, aber der war echt kaum weak, also... Ja, der... Alles gut. Nein, Granate, Jungs, ich bin fast tot. Irgendwann... Ja, warte, von außerhalb, oder? Oder von unter der Brücke, oder so? Von oben. Nein, nicht von oben. Doch, hier, hier, hier. Doch, von oben ist auch einer. Er ist von uns schon, er ist minus... Er kann kein Leben haben. Genau, 26, 26. Er ist... Das ist unglaublich. Er ist da oben hinterm Berg, Anton. Ich habe ihm so viel Schaden gemacht, das ist geisteskrank. Hab ihn, hab ihn. Digga, ist so lächerlich, Digga. Boah, Junge, Alter. Ich habe ihn so viel angegeben. Kann mich jemand aufheben, oder? Ja, ich komme, ich komme. Scheiße, Jungs, ich habe... Ich habe Leben genommen gerade, ne? Das war mein schönster Kill bis jetzt. Ich wusste auch gerade, Marcel, dass ich dann einen Typen noch finishen wäre. Hm. Aber ich bin ja mit 20 Leben hingerannt, oder so. Ja, den hatte ich aber auch so heftig angeschossen, Digga. Ich will nicht wissen, wie sie schaden. Ja, das war noch 30 Meter, Digga. Shotgun hit. One shot down. Ja, das ist halt so, man... Aber das ist so typisch, wenn man am Anfang von so einem Spiel ist, dann will man halt immer ganz gierig alle Kills, und dann kriegt man diesen letzten Hitmarker so oft nicht. Hui. Kennt ihr? Wie viele Kills habt ihr eigentlich? Vier. Ja. Ich war auch vier. Cash ist er? Ja, die rufen uns, Air Charlie, MLG. Denkt ihr Bunker könnten... Ach so, wir sind gar nicht bei Munker. Ich hab einfach immer Streamer-Modus drin, ich kann mir die Namen nicht angucken. Ich hab noch nie ohne Streamer-Modus gespielt, nicht mehr eine Runde. Geht nicht. Hinter uns, was? Die hinter uns waren näher, oder? Ja komm, Felix. Komm her. Äh, Anton. Äh. Sicher? Die Steps, Digga. Sind die Steps unten? Ja komm, lass mal, wir sind Risky. Ich hab sie gesehen, ich hab sie gesehen. Okay, komm her. Sie kommen zu uns rüber. Anton kommt hier. Ich markier. Ja, ja. Ich hab's gesehen. Ich war eigentlich schon jetzt bei den anderen Gegnern. Das sind jetzt drei Gegner Jungs, ja. Ich bin auf dem Dach. Die hören mich jetzt hundertprozentig. Verkäufer-Ruf machen. Ja, die sind hier drin, die sind hier drin. Ja, pass auf Marcel, das sind drei Stück, ne? Hab ihm richtig gut Schaden gemacht, dem ersten, und verpiss mich. Bin jetzt auch da. Ich hab ihm richtig gut Schaden gemacht. Genau, und die sind hier drin im Haus alle. Ja, einer hat so Gas gemacht, der hat diesen gekauft. Und ne Nate wäre halt zu krass. Hab einen, hab einen. Hat Felix auch einen? Ne. In der Ecke da hinter dir. Hab ihn, hab ihn, hab ihn, hab ihn. Okay, nice. Boah, du bist so reingelaufen. Der saß direkt in der Ecke. Der ist alle tot, alle tot. Komma, Felix, du bist hier rein und er sitzt hier. Hier saß er. Oh, Ehrenmann. Ja, ich hatte mein Spezian. Ich bin damit richtig schnell. Hier ist eine Drohne für euch Jungs, hier draußen, wenn ihr wollt. Hier, hier, genau wo ich bin. Er loset mir alles weg. Ja, lass direkt weiter Jungs, komm. Ein Squad noch. Ja, das ist nur ein Squad. Ja, hier wo ich markiert hab, von da kam die. Ja, die holen wir uns jetzt auch noch und dann war's das. Dann steht hier wieder Champion. We are the champions. Das muss irgendwo da vorne sein. Ich liebe es, man. Jetzt hab ich das einfach schön runter gespielt. Meint ihr das in drei Gegner? Ich hoffe, das wird so ein richtig epischer letzter Kampf. Aber es wird's, sonst wäre die, also in so einer großen Zone wird's immer episch. Richtig, ja. Wahrscheinlich kämen sie jetzt einfach nur hier alle so um die Ecke. Die haben so einen Bush-Aufsatz wie bei Fortnite. Ja. Wollen wir hier aufs Dach? Ja. Eigentlich wäre es smart, ne? Boah, Anton, du richtiger Kletteraffe hier. Ich hab's auch geschaut. Ja, der ist, man nennt mich doch auch Spy-Ton. Wir sind hier oben, wir sind hier oben. Fuck, ich werde angeschossen von hinten. Ich krieg die Rücken im Deck, ne? Ich hab einen angeschossen. Der muss irgendwo hier sein, Marcel. Ja. Er ist runtergesprungen, safe. Drüber auf dem anderen Dach sind die halt. Die haben so ein Schild. Ein hab ich. Sauber, sauber. Noch einer ist hier runtergeslidet. Hinter mir? Hinter uns. Hinter uns. Ich weiß auch nicht, Digga. Ach, hier unten ist so ne Schlucht, Digga. Und da kannst du auch hochklettern. Hier ist wahrscheinlich hochgeklettert. Oh, eigentlich hab ich auch mal ne nice Szene, Digga, am Ende der Runde. Boah. Ja. Aha, Felix. Wer ist denn da? Ich seh dich gar nicht, Felix. Wo bist du eigentlich? Ach, Anton. Haha. Haha.